Hallo Freunde der käuflichen Liebe, hier ist euer Schulle mit einer neuen Folge WAFT. So, Motoren sind angebracht. Ich habe hier mein Hochbeet, nenne ich es mal, mal abgebaut. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob der Motor dadurch vielleicht behindert wird. Genauso weiß ich leider nicht. Wie viele Planken habe ich denn hier drin? Oder Moment, wird das hier angezeigt? Ah ja, mit dem, okay. Machen wir sie doch mal beide erstmal halb voll. So. So, eine noch, passt. Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hatte, glaube ich, 19 vorher drin, hatte ich vorhin mal reingeguckt. Das heißt, 12 sind weg, das heißt, 6 sind, 6 sind halb voll. Äh, Pi mal Daumen? Obwohl, ne. Äh, in beiden war schon was drin. Ich weiß aber nicht, wie viel. Keine Ahnung. Sagen wir 20 Holz, 20 Planken, dann ist ein Tank voll. Pi mal Daumen. Ich weset, ich weset jetzt nicht. Hm, hm. Von daher, äh, würde ich sagen, lichten wir den Ankehr. Und lass dann uns erst mal treiben. Wo muss ich hin? Geradeaus, die Richtung. Also nicht in die Richtung. Kake, ne. Das wäre diese Gelegenheit. Ja. Um die Motor mal zu starten. Moment, du musst die Richtung ändern. So. Das bringt irgendwie gar nix. Hm. Ähm. Wollt ihr mich verarschen? Die drehen sich ja quasi gar nicht. Was soll denn das? Ja. Muss ich die Tanks jeweils voll machen? Oder was soll das werden? Okay. Machen wir sie mal voll. So. Vollstoff. Ja, das ist ja... Das ist ja nix. Ich krebe ja trotzdem noch in die Richtung. Muss ich hier noch irgendwie was verbinden? Nee. Was ist denn das für ein Blödsinn? Oh. Ich muss was trinken. Äh. Ja, ne. Sauber. Das ist ja voll für den Arsch. In die Richtung muss ich. Ja. Oh, die Batterie ist auch bald leer. Aber egal. Ja. Das ist ja... Voll der Blödsinn. Ah. Ja, und der derwische Heil muss natürlich wieder... Hier rumknabbern. Da war er ja auch schon. Der Sack, der Blöde. Oh, ich musste ja was essen. Oh, da komme ich doch nicht hin. Nee. Keine Chance. Ah, jetzt muss ich was essen. Ich... Äh, hier. Geile Makrele. Zuck, Rainer. Hm. Ein... Rat gleich 100. 100. Was ist das? Ich hab keinen Dunst. Ich weiß es nicht. Und das ist nicht gut. Oh, das nach da. Das holt's noch da. Hm. Das ist jetzt echt belastend. Wie zur Hölle funktionieren diese dämlichen Motoren? Das kann doch nicht richtig gewesen sein. Äh. Oh, noch eine? Nee, ne? Okay. Hm. Weil irgendwie hält das Floß dreht sich... Ach, Moment. Kann es sein, dass sie das Floß deswegen dreht? Vielleicht. Ja. Die Richtung ist aber falsch, Kräule. Hm. Hm, hm, hm. Sehr unbefriedigend, das Ganze, finde ich jetzt. Aber ich hab hier doch auch nix, ne? Irgendwie. Äh. Wiese. Dafür brauch ich Schmutz. Hast du nicht gesehen? Beehive. Also ein Bienenstock. Netzkanister. Nee, das ist alles. Hm. Hier kann ich auch nichts bauen. Naja, um irgendwie... So, und das geht nach da, alles klar. Hm. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mal ein bisschen nach rechts drehe, das Ruder? Wie ist es denn, wenn ich jetzt mal ein bisschen nach rechts drehe, das kann doch nicht richtig sein, wie der sich dreht. Können wir das mal an? In die Richtung ändern, ich kann Planken nachlegen, ich kann den Motor an- und abstellen, okay. Okay. Anstellen wir das Beste, hoffen. Äh. Vielleicht muss das auch so. Ich hab keine Ahnung. So. Oh, da vorne ist ein Floß, ne? Ja. Fum. Oh, gib mir das Fass. Tja, Freunde. Ich hab keine Ahnung, ob das so richtig ist. Äh. Moment. Hm. Stück Backbord. So. Ah, so ist gut. Schön auf die Fässer zu. Okay. Ups. Entschuldigung, Möwe. Hm. Na gut. Lassen wir's erstmal so laufen. Ich will mir das Fass da vorne mal krallen. Äh, das Fass, das Floß. Das Fass. Ich hör doch schon wieder diesen Drecks-Hai. Du Missgeburt, ey. Du Missgeburt, ey. Oh, hart Backbord. Ah, so. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja, da müssen wir drin. Ja, da müssen wir drin, sehr schön. Ja, weil irgendwie, äh, so wirklich hinterher komme ich da nicht. Also, das, hm. So, und jetzt halt mal da drauf zu. Da, das... Weißt du was? Egal jetzt. So, ungefähr die Richtung. Äh. Äh. Brauche ich, um ans Ziel zu kommen. Ah, noch ein Stück weiter Backbord. Gut. Bleiben wir mal so. Weißt du was? Dicht setzen wir auch. Okay. Raufgeschissen. Hä? Wie jetzt? Okay, hart Backbord. Noch ein Stück Backbord. Ist auch nicht so einfach, ohne wirklichen Bezugspunkt, aber, okay. Tausendachtung, ich komme auf jeden Fall irgendwie näher. So, balken wir es mal so da drin. Okay. Äh, Moment. Dann hier. Plaste. Holz. Palmen. Kartoffels. Apropos Kartoffels. Hier ist noch Fleisch. Apropos Kartoffeln. Hier ist noch Fleisch. Das ist auch, ne? Na. So, Seil. So, Seil. Oh. Also, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das zoomen muss. Also, für mich sieht das falsch aus. Aber, gut, ne? Wird, was weiß ich schon. Hui. Ich weiß nicht. Das wäre in Gang. Hm. Gut, so viel dazu. Okay. Die Möwen sind auch da. Erstmal wieder ein bisschen Rohstoffe hier sammeln. Oh, hat sich ganz gut was gesammelt eigentlich. Na. War nicht schlecht. Plaste. Holz. Seil. Und Palme. Oh. Oh. Ein Stück Steuerbord. Ich glaube, ich muss mir mal eine neue Batterie langsam machen. Dann kann ich das vielleicht sogar anlassen. Das ist, glaube ich, so für Steuern besser. Ne? Batterie leer. Okay, jetzt muss ich ja eine machen. Batterie. Wo war denn? Du bist doch ein Arschloch-Heil-Vorm-Herrn. So. Ja. Bitteschön. Und hier brauche ich noch Licht, ey. Ganz, ganz, äh. Das ist amtlich. So. So, wo ist jetzt die Batterie? Ähm. Da. Ich brauche Kupferbarren-Schrott. Äh. Ui. Entschuldigung. Kupferbarren. Kupferbarren habe ich. Ja. Kupferbarren. Und ich brauche was zu essen. Verdammt. So, Schrott herstellen. Sehr schön. 1620 Meter. Oh, gut, ne? Äh. Hä? Hä? Nimm das nach da. Hier, das Essen. Ja, leere Batterie, ne? Ähm. Theoretisch hier rein. Praktisch ist ja gerade nicht so viel Platz, seitdem ich hier mechanische Schrott ente. Scheint aus dem Spiel Squab-Mechanik zu standen. Hm. So ein Zufall. Habe ich auch in meiner Steam-Bibliothek. So. Oh, okay. Fehlern. Hm, fass. Noch mehr Fehlern. Und schwupp. Okay, bin ich noch auf Kurs? Oh, halt. Ah. So. Okay. Ist... War da eben was am Horitz? Horizont? Hm. Keine Ahnung. Irgendwo hier war doch ein Fernglas. Äh, da. So. Hat erst mal wieder verstaut. Passt natürlich nicht mehr rein. Shit. Oh. Oder auch nicht. Nix zu sehen am Horizont. Und... Ja, gut. Wird die Glocke nach dem Abonnieren. Und damit ihr Benachrichtigungen auf YouTube behaltet. Schaut eventuell mal im Livestream vorbei. Wenn ihr Bock habt auf Mixer. Die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schule. ich bin ganz super rein. 안� Scarabine roam auch da. T Orien shoah und da hat sie four ! Fungi fondier. broke His banc. mentioned the完全 bar und lang. Ausbands haben, wie man geht, auszus sunken, Und weil ich auch das so richtig weit ist. Du bist auf Dörferen. ich weiß es heute nicht mal, masere ein und verzaps.... erst will vor. Vielen Dank.